Es war vor langer, langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Seit dem Sieg über die Seriana sind einige Monate vergangen. Die Siegesfeier war erstaunlich schnell vorbei und unser Held Roger Wilco wurde auf die Sinon Orbital Station 4 versetzt. Dies ist eine Tankstelle für Raumschiffe und außerdem der am wenigsten begehrtesten Arbeitsplätze im ganzen Universum. Ach Wilco, es tut mir leid für Sie. Sie müssen Ihren Urlaub verschieben. Wir haben nicht genug Leute auf der Station. Sie können Ihren Urlaub frühestens in einem Monat antreten. Na toll, super. Sludge Vorhaul, ehemaliger Anführer der Seriana, will Rache. Deshalb lässt er Wilco entführen. Er soll für die Zerstörung des Sterngenerators und den Tod der Seriana bezahlen. Hey, du, wohin so eilig? Wir sind noch nicht fertig mit dir. Was wollen Sie von mir? Was soll das? Lassen Sie mich los! Roger wurde von Vorhaul Cyborg auf den Planeten Labion gebracht, wo er elendig krepieren sollte. Und dort beginnt für Roger ein Kampf um Leben und Tod. Wird Roger den Kampf gewinnen? Glauben Sie mir doch, Sie werden auf den Handel niemals eingehen. Das schwöre ich Ihnen. Abwarten, Junge. Erleben Sie Ken Williams in seiner Paradenrolle als Roger Wilco. Space Quiz 2. Vorhaul's Re-Range ab 11. Februar auf www.lionhead.com Con.